Please hold for a very important message. Dann kommt tatsächlich jeden Tag ein Video. Also wirklich von Montag bis Sonntag werdet ihr beglückt. Wir haben diese Woche auch zwei Sommerhaus der Stars Videos. Dann würde ich eigentlich auch voll gerne etwas zu Marik Posers Song sagen. So in Form einer Reaction. Und ich habe auch gehört, dass Mike Cees und Michelle Obama oder wie sie auch heißt bei Stern TV waren. Darauf würde ich natürlich auch gerne reagieren. Das fällt jetzt aber hinten runter leider. Weil wir haben einige andere wichtige Sachen. Wir haben zwei Folgen Sommerhaus der Stars. Da kommt eine heute und eine kommt am Donnerstag. Dann haben wir Dienstag und Mittwoch Folge 13 und 14 von Iso One. Und dann haben wir Freitag das Interview mit Michelle. Das ist das erste Interview, was sie einem YouTuber gibt. Ich bin ein bisschen stolz und Bullshit TV zählt nicht, weil da hat sie nur reagiert auf eine Folge. Aber mal so ein richtig deepes Interview macht sie das erste Mal mit mir. Und wir wissen ja schon, wie lange sie dabei ist im Game. Ja und dann kommt Samstag ein Wer würde er, was ich zusammen gespielt habe mit Michelle und Zizilia. Ist auch sehr funny geworden. Und dann kommt am Sonntag ja wieder schon der Roast am Sonntag mit Mikel. Und dann ist die Woche auch schon wieder rum. Ich muss sagen, ich bin heute vollkommen euphorisiert, weil mein Freund kommt heute wieder. Er war noch in Spanien. Vorher war ich in Spanien. Wir haben uns ein bisschen verpasst und so. Wir waren nicht im gleichen Spanien, also nicht in der gleichen Stadt. Und heute sehen wir uns wieder nach, ich weiß nicht, zwei Wochen. Und ich bin wirklich glücklich. Ich bin auch ein bisschen sauer, weil er mir jetzt kein richtiges Guten Morgen entgegengebracht hat, sondern einfach nur ein Selfie geschickt hat. Aber das werde ich jetzt einfach mal kaschieren, weil ich freue mich jetzt hier auf Sommerhaus der Stars. Falls du neu bist auf meinem Kanal und du ein Schnuffelhase werden möchtest, dann werte einer von uns, abonniere den Kanal, tritt dieser wundervollen Community bei. Das Regelwerk kennst du, die Schnuffelhasen gucken immer die Werbung. Es ist einfach so, ich zwinge ja keinen dazu, aber es ist so ein Automatismus, den die Schnuffelhasen sich angeeignet haben, um Papa zu unterstützen. Sommerhaus der Stars kannst du und solltest du wirklich gucken auf RTL Plus oder im Fernsehen, was dir halt lieber ist. Für RTL Plus brauchst du ein RTL Plus Premium Abo, das kriegst du über mich vergünstigt. Alles, was du dazu brauchst, ist unten in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, starten wir diese wunderschöne Woche mit Wo ist es denn Sommerhaus der Stars? Katha und Erik sind auf jeden Fall ein Thema. Ich weiß nicht. Wir gucken einfach mal, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Auf die Platze, färbt sich los. Ich weiß nicht, dass man sich darüber Gedanken macht beim Barometer, wo nichts auszusagen hat. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja, die beiden finden es komisch, dass das Paar, welches letzte Folge über das Stimmungsbarometer irgendwie fast alle Stimmen abbekommen hat, sich darüber auffällt, weil es ja nichts zu sagen hätte. Also ich finde es schon, weil wenn es zu dem Zeitpunkt zu einer Nominierung gekommen wäre, hätten sie fünf oder sechs Stimmen gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt so sagt, ach nee, das hat gar nichts auszusagen. Sag mal, ihr habt uns aber nicht genommen, weil ihr uns scheiße findet, oder? Also nur wegen der Stärkste oder Konkurrenz? Das ist die Frau. Ich weiß nicht, wie sie heißt leider, aber sie hat mit ihrem Typen die meisten Stimmen abbekommen und dann fragt sie erst mal so in der Küche nach, so für ihr Ego. Sag mal, aber ihr habt uns nicht genommen, weil ihr uns scheiße findet, ne? Ihr habt uns doch bestimmt nur gewählt, weil wir so schön und so stark sind, oder? Doris und Mario haben uns gewählt, weil Mario... Ah, okay, die heißen Doris und Mario. Doris steckt ihr dann so, nee, also wir haben euch dann schon gewählt, weil Mario ein bisschen was gegen deinen Typen hat. Die hatten wohl vor sechs Jahren bei Big Brother irgendwie einen Clinch und der ist halt immer noch so kindisch und sauer und deswegen wählen wir euch. Doris und Mario haben uns gewählt, weil Mario dich nicht so mag, weil ihr so eine Vergangenheit mehr habt. Ich liebe ihn, ne? Dieses Paar liebe ich tatsächlich. Anfangs dachte ich, die würden sich nicht mehr so lieben oder sowas, was mich ja eigentlich auch gar nicht juckt, aber im Intro waren sie so ein bisschen so, als wenn sie gar keinen Bock mehr auf ihn hätte, aber hier, wo es dann drauf ankommt, sind sie füreinander da. Vor sechs Jahren. Also damals 1997. Da waren wir in einem Spiel und da habe ich gewonnen. Ich liebe auch so deren Humor, weil Mario ist, glaube ich, so ein verbitterter, rauchender, qualmender Mann, der einfach böse ist auf sich und die ganze Welt und der das natürlich nicht vergessen hat, dass ihr da mal vor 20 Jahren eine kleine Meinungsverschiedenheit hattet. Dann setzen sich da zwei Stunden dahinter wieder allein in die Ecke und dann halten sie ganz leise. Ich würde total gerne den Mario sehen mit Botox in diesem Bereich, weil was er ja den ganzen Tag über macht, ist böse zu gucken, dabei zu rauchen und sich über irgendjemanden auszulassen. Natürlich setzen die sich weg von dir, weil sie dich so grimmig nicht mehr ertragen können. Leute kennenlernen, mit denen wir sonst nie irgendwas zu tun hätten. Und nicht wieder zu tun haben. Und nicht wieder zu tun haben. Ja, also die fassen so ein bisschen zusammen, was sie da machen. Und zwar Leute kennenlernen, mit denen sie nichts mehr zu tun haben werden. Das glaube ich nicht. Also anscheinend habt ihr euch für diesen Weg entschieden, hier drüber euer Geld zu verdienen. Und dann werdet ihr früher oder später wieder mit irgendjemandem in so einer Show landen. Weil die Brötchen müssen ja verdient werden. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann müssen wir schleim. Das ist dann die letzte. Okay, sorry, das ist jetzt hier unsere Challenge vor Ort im Haus. Ich liebe die einfach. Ich glaube, ich würde mich auch voll gut mit denen verstehen. Weil die einfach das Ganze mit sehr viel Humor nehmen. Ja, also ganz ehrlich, das finde ich auch echt erfrischend. Wir haben ja echt das Gefühl, die letzten fünf Jahre nicht viel miteinander geredet. Da weiß ich halt nicht, ob das Spaß ist oder ob da wirklich ein Häufchen Ernst mit dabei ist. Weil den Eindruck macht, das machen sie eben auch im Intro. Und es könnte wirklich sein, dass das hier beziehungsbelebend für die beiden ist. Wir passen schon gut zusammen. Das ist halt richtig glaubwürdig, ne? So richtig so. Wir passen schon gut zusammen. Hm. Ja. Wenn es darum geht, mit anderen zu streiten, sind wir dann doch ein Team. Das habe ich die letzten fünf Jahre gar nicht mehr mitbekommen. Heute spielen sie ein Spiel. Und zwar ist es ziemlich lustig. Die Frau hängt an so einem Drehbrett. Das ist irgendwie so da dran festgemacht. Und es ist so ein bisschen wie mein Beziehungstest, den ich gerne mache mit meinen Leuten. Das wird jetzt noch weiter ausgebaut. Und ja, also wenn der Mann die Antwort richtig beantwortet, ist alles gut. Wenn der Mann die Frage falsch beantwortet, dann dreht sich die Frau einmal und sie muss mit ihrem Gesicht durch so eine ekelhaft riechende Plörre. Und außerdem wird es dann auch kalt, weil sie nass ist. Und es gibt 40 Fragen. So Fragen wie, wann hatten wir unser erstes Date oder wann haben wir uns kennengelernt? Die man ja eigentlich wissen müsste, oder? Ich wäre ein bisschen verwundert. Also ich sag mal so verwundert. 2008 und 2013. Das sind fünf Jahre Differenz. Also wie kann er das nicht wissen? Wann haben wir unser erstes Date gehabt? Marcel! Marcel, du wirst wohl das Jahr wissen. Wann haben wir denn? Das Jahr muss ich nur wissen, oder nur den Monat? Sag einfach mal das Jahr, wenn du das wenigstens weißt. Das Jahr war vor drei Jahren. Vor drei Jahren, wir haben jetzt 22, 2018. Falsch. Er findet das lustig. Ihre Hyaluronlippen platzen gleich vor Wut. Also ich glaube, sie findet das gar nicht, gar nicht funny. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Marcel! Das ist ein witziges Spiel. Das ist doch ein witziges Spiel, oder? Ich glaube nicht, dass sie das so witzig findet. Und ich finde es auch so geil. Darf ich das nochmal vorspulen? Das kann doch nicht wahr sein, Alter, Marcel! Das kann doch nicht wahr sein, sag mal Marcel! Ich glaube, eine anziehendere, erotischere Version von ihr gab es so noch nie im Fernsehen. Welches Geschenk von dir fand ich richtig schlecht? Bei den drei Geschenken, die ich in 40 Jahren bekommen habe, kannst du dich vielleicht erinnern? Sie hat in 14 Jahren drei Geschenke bekommen, ne? Vielleicht waren es vier oder fünf, aber ich glaube, viel mehr waren es dann auch nicht. Und dann frage ich mich, warum sind wir so masochistisch uns gegenüber und laufen unser Leben lang einer Liebe und Aufmerksamkeit hinterher, die wir niemals bekommen werden? Das war schon gut früher, als wir uns noch geküsst haben. Wir denen auch. Nächstes Opferpaar. Wann haben wir uns das erste Mal geküsst? Und dann denken die zurück an 1910, als sie das letzte Mal sich einen Kuss gegeben haben. Denk logisch, ganz logisch denken, Marcel. Sch, sch, sch. Bist du mir vor Ohrchen, Leute? Sie checkt halt auch nicht, dass sie ihn damit voll unter Druck setzt und dass er dann erst recht Dinge falsch macht, weil er einfach Angst vor diesem Hyaluron-Monster hat. Sie ist kein Hyaluron-Monster. Aber was man echt bei ihr sagen muss, ist, sie hat ja ordentlich nachgeholfen mit Jawline und hier und da und Pipapo. Und da habe ich auch mit Gina drüber geredet. Die sagt, wie sie bei Iso One aussah. Da erkennst du dich gar nicht mehr wieder, weil eine gute Beauty-Ärztin kam auf sie zu und hat gesagt, hör mal, Süße, wir lösen jetzt erst mal deine ganzen Wangenunterspritzungen, Kinn und keine Ahnung, Jawline auf, weil du siehst mega aufgequollen aus. Und das vermute ich auch bei dieser Süßen. Die hat sich so gedacht, ja, ich verpasse mal ein bisschen Contouring. Aber alles, was du da reinspritzt, sorgt natürlich auch dafür, dass da mehr Volumen ist. Ist ja klar. Wenn ich das sag, dann bin ich gefakt. Aber wenn ich das sag, dann das könnte falsch sein. Okay, was ist aber richtig? Sie dreht halt einfach gleich komplett durch, ne? Miss Hell, das kann doch nicht wahr sein. Nächste Frage ist so, wo haben wir uns das erste Mal geküsst? In München in der Disco. Nein, bei dir zu Hause. Ey, was? Was laberst du für ein Scheiß, Mann? Bei mir zu Hause. So, go. Sag doch einfach München in der Disco, da wo es war, Mann. Ja, es ist natürlich auch scheiße, wenn sie eine andere Wahrnehmung hat als er. Und wenn sie sich sicher ist, das war in der Disco und, ne, bei ihm zu Hause, also die haben sich geküsst, haben dann direkt miteinander geschlafen, sagt sie. Und er sagt, ne, Step by Step, wir haben erst mal rumgemacht in der Disco, ja, bevor ich dich flachgelegt habe. Welche Sexstellung mag ich am liebsten? Wie er lacht, ne? Erste, wir haben doch gar keinen Sex. Du bist doch mal eine bezahlte Freundin, oder wie darf ich das jetzt hier verstehen? Weiß ich, du magst alles eigentlich. Ich sag irgendwas. Doggystyle, oder? Ach, willst du mich verarschen? Du liegst normal meistens, oder? Ja, Missionarstellung heißt es doch. Ja, keine Ahnung, wie das Scheiß heißt. Ja, egal. Er weiß dann einfach nicht, wie die Dinge heißen. Doggy. Woher soll denn Doggy kommen? Weil ein Doggy, ein Hund auf dem Rücken liegt, mit Beinen oben. Wie oft macht das ein Hund? Ja gut, wenn man ihn am Bauch streichelt. Ja, der Quasimodo hat schon ein bisschen recht, ne? Jeder hat recht. So heißt es in einem meiner Bücher. Ja, wo soll ich das wissen, Schatz? Ich dachte, Doggy gefällt dir immer. Sie so, weißt du was? Mir gefällt gar nichts, ja? Ich lass das über mich ergehen, aber mir gefällt gar nichts. Und jetzt will ich überhaupt nicht mehr über dieses Thema sprechen, weil ich finde dich gerade einfach nur abstoßend. Welche Sexstellung mag ich am liebsten? Ich baue jetzt hier einmal eine kleine Pause ein, ne? Habe ich jetzt gerade spontan gemacht, bevor sie sagen kann, oder eher, was sie wohl geantwortet hat. Was könnt ihr euch bei ihr vorstellen? Ich finde, die Frau ist so lustlos. Sie kommt so lustlos rüber und irgendwie so... Ja, sie hat keinen Bock auf gar nichts eigentlich, ne? So, wel... Oh, nee, ey. Es ist... Was soll das hier? Markel hat in unseren Notizen etwas aktualisiert. Ähm, ja. Welche Stellung könnte sie sich vorstellen? Was glaubt ihr? So richtig Rambazamba, dass sie da reitet, bis die Sonne wieder aufgeht? Ich glaube nicht. Du würdest jetzt sagen Seestern. Ja, ist richtig. Ja, ist klar. Also eine andere Stellung könnte ich mir bei ihr auch gar nicht vorstellen. Ich wünschte, sie würde so ein bisschen Leben wehen, ne? Dass sie da ein bisschen wieder lebendig wird. Ja, und jetzt ärgert sich die, ähm, die Hyaluron-Beauty ein bisschen nach. Also es ist so, sie hat so ein Nachwehen, nachdem sie wieder zu Hause sind und sie sich geduscht hat und die Augenbrauen nachgemalt hat. Genauso wie Woche haben wir das letzte Mal Sex gehabt. Kannst du nicht mehr erinnern an letzte Woche. Ja, auf der Karte. Letzte Woche. Da bin ich ja, sorry. Okay, aber die leben ja drei Jahre schon zusammen und so weiter. Also aber, das wäre für mich echt ein Contra. Deswegen würde ich nicht so gerne mit meinem Freund zusammenziehen, um ehrlich zu sein. Weil ich will diese Frische haben, dieses Prickelnde immer. Ich war immer am glücklichsten in meinem Leben, als ich keinen Partner hatte. Wirklich? Ja, Kopffrei hatte. Keiner mischt sich ein. Wow. Das ist eine richtig schöne Beziehung, Beziehungsansichten. Warum bist du denn dann verpartnert, liebe Kaba? Ja, man entwickelt sich nicht mehr so krass weiter, wie man es macht, wenn man einfach alleine ist. Weil du deine Energie, deine Aufmerksamkeit in jemand anders reinsteckst. Total, ja. Und irgendwann bist du eine gelutschte Banane. Oh, ich finde, also das widerspricht komplett dem, wie ich das sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind einfach nur nicht in der Lage, sie selbst zu bleiben in einer Beziehung. Da tue ich mich auch schwer. Ja, aber was ich gehört habe und das ist auch von einem Psychologen, den ich ja mal gesehen habe. Boah, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß auch nicht. Ich gucke mal, ob ich das rausfinde. Wenn ja, dann würde ich das unten in die Infobox noch mit einführen. deine persönliche Entwicklung als Single versus deine persönliche Entwicklung in einer Beziehung. In einer Beziehung ist sie um das, ich weiß nicht wie viel Fache, beschleunigt, weil ein Partner natürlich am allerdeutsten deine Triggerpunkte berührt. So, und du bist also viel häufiger getriggert und wenn du das möchtest und wenn du dich darauf einlässt, kannst du dann wachsen. Du musst natürlich den Schmerz spüren und dann größer werden und wachsen, aber das schaffst du besser und schneller in einer Beziehung. Alleine wäre ich super glücklich in meinem Leben. Also es ist nicht so, dass ich sage, wenn ich die Person verliere, oh scheiße, ich gehe jetzt runter, jetzt wäre ich ein Penner. Das wird nie passieren. Erstmal, was hat ein Obdachloser damit zu tun? Also, sorry. Und zweitens, das muss ich für Katha, die ja ohnehin schon Luft sprünge vor Glück gemacht, seitdem sie an deiner Seite ist, muss ich das natürlich auch super schön anhören. Und ich muss irgendwie die ganze Zeit an das Buchdenken Generationenbeziehungsunfähig. Ich habe es zwar nie gelesen, aber ich habe es insofern angezogen, als dass ich es mal auf der Straße gefunden habe und es in meinem Schrank habe. Aber irgendwie so, alle denken alleine, wenn sie keine Kompromisse eingehen müssen, wenn es nur um sie selber geht, sei das Leben einfacher. Ja, aber darum geht es ja im Leben nicht. Es geht doch darum, mit dem Menschen auszukommen. Also, ist es bei meinem Geburtstag, hat er meinen Geburtstag vergessen? Was? Dann hat er sich gemeldet, dann kam er an, hat ein dreiminütiges Video gedreht, du bist die Liebe meines Lebens und ich werde im Fernsehen zurückstecken, ich werde nicht mehr in Fernsehshows gehen. Dann habe ich in sein Handy geguckt und warum auch immer, also den Chat von der Mutter angeklickt, von der Mutter und ihm, wo drin stand, dass es alles nur Show war, um mich zum Sommerhaus zu überreden. Also erstmal, was ist das für ein schöner Smalltalk? So, was droppst du da eigentlich gerade über deinen Partner? Zweitens, warum fuchtelst du in seinem Handy rum? Also, schämst du dich dafür nicht auch schon? Und, ja, wie reagiert Erik? Ich muss gucken, wie gehe ich taktisch vor, um sie mit irgendwie rumzukriegen, dass sie hier mit reingeht? Wie hast du sie rumgekriegt? Wenn nicht, wäre auch Schluss gewesen. Eine Hase, das stimmt doch überhaupt nicht. Warum tut Kata, nicht Kata, sondern Kadere, wie ich sie ab jetzt nenne, so schockiert? Weil sie nicht wusste, ob die letzte Sequenz eingestrahlt wird, also reingenommen wird, weil Kata hat ihr das ja schon einmal draußen erzählt und da hat sie ja genauso empört reagiert und jetzt ist sie halt noch mal so, was? Und da kann man einfach mal sehen, wie durchkalkuliert das bei denen immer alles ist. So, also, ja, aber warum hast du das dann mit ihr machen lassen? Kata, du erzählst immer so, als wenn du der liebe kleine Engel wärst und ich wäre der Böse, würde dich zu einem drängen. Ich werde dich aber auch. Oh, Marcel, ich würde mich da jetzt einmal kurz raushalten. Das ist sehr, sehr bremzlig. Bremslig? Bremsspuren? Die Situation? Es wird erwartet, man soll eine Freundin haben, es gehört zum Leben dazu, aber mich nervt es. Ich bin immer besser gefahren, wenn ich alleine meine Sachen gemacht habe. Er sagt, die Gesellschaft erwartet von dir, dass du eine Freundin hast. ich glaube eher das Format verlangt es dir ab und deswegen ist sie auch an seiner Seite und er hat ja jetzt uns eigentlich auch schon gesteckt, dass das alles so ein bisschen eingefädelt und taktisch ist. Er musste sie manipulieren, damit sie hier reinkommen. Wie sie mit diesen Beziehungsfragen umgegangen sind, besprechen wir nochmal an einer anderen Stelle, aber meine Befürchtungen vom Anfang werden eigentlich immer stärker und zwar sieht es für mich echt nach einer Zweigbeziehung aus. Zumindest von seiner Seite. Du bist auch kein Engel. Aber sie ist hier. Sie ist hier. Ich weiß, ich weiß, aber du bist kein Engel. Bin ich auch nicht. Okay, also dass sie kein Engel ist, das merkt sie, das merkt man auch an ihrer Aura, das tut mir wirklich leid. Da ist Darkness, aber sowas von Darkness in ihrem Gesicht, also da muss auf jeden Fall eine Reinigung stattfinden. Ich würde mich direkt einmal mit anmelden. Und das Zweite ist, Kadere sagt, sie sei ja da, die Kata, und sie würde ihn unterstützen. Sie sieht jetzt aber nicht so aus. Also ich meine, wenn sie sich da hinsetzt und direkt am ersten Tag erstmal droppt, dass sie nur da ist, weil er ihr das Beziehungsaus sonst angekündigt hat, ist das kein Support. Für mich gerade so verraten. Sie sagen, warum? Ich habe einfach nur gesagt, wie schlecht du mich behandelt. Warum würdest du dich denn jetzt verraten? Eine Frau kann nicht nach oben bringen, eine Frau kann nicht in Ruinen bringen. Und so fühle ich mich gerade. Okay. Warte mal, war das jetzt eine Drohung oder sagt er, eine Frau kann ihn nach oben bringen oder macht er die groß? Ich weiß es nicht. Und was hat es jetzt mit den Hämorrhoiden auf sich? Läuft top. Ihr zerstört euch gegenseitig. Das ist wirklich so. Da läuft gar nichts top. Und deswegen freue ich mich auch schon auf die nächste Folge. Ich habe da schon eine Vorschau gesehen. Ich sage euch, bitte trennt euch und dann kann man die Mariposa nachrücken. Ich freue mich auch auf die alte, ey. Den anderen geht es super auf den Senkel, dass wir streiten. Ist auch verständlich. Also es nervt ja sogar mich irgendwie sonst was. Die Stimmung ist super, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob sie das so nervt. Ich finde, sie kommt mir so ein bisschen rüber wie eine, die immer so auch das Negative sucht. Er macht zehn gute Sachen und dann macht er aber eine schlechte Sache und darauf fokussiert sie sich. Es tut mir leid, ich kenne das auch von mir. Ich hatte auch schwierige Phasen mit meinem Freund, wo ich wirklich immer nur darauf geguckt habe, oh, jetzt macht er was falsch. Bam. Und dann hat er auch zu mir gesagt damals, ach, ich soll nicht so viel über meine Beziehung reden, aber es ist jetzt auch schon nicht mal aktuell. Und deswegen hat er gesagt, ich fühle mich wie auf so einer Linie und immer, wenn ich irgendwie einmal kurz abweiche, darauf wartest du nur und dann schießt du mich ab. So kommt sie mir auch rüber. Viele Sachen gut, aber dann immer nur auf das Schlechte fokussieren. Du reißt dich jetzt zusammen. Ja, ich weiß. Du machst es doch. Du weißt es doch. Also die Bäuerin nimmt sich jetzt einmal den Erik zur Seite. Ich glaube, die sind auch gut miteinander und sagt ihm jetzt erstmal hier, guck mal, dein ganzes kalkuliertes Spiel geht nur auf, wenn du dich jetzt einmal zusammenreißt, weil sonst geht deine Fernsehkarriere kaputt. Karriere so. Das hört sich jetzt auch so ein bisschen an nach Taktik, oder nicht? Wann war unser erstes Date? Welches Jahr? 2019. Falsch. 2013, Izzy. Was ist los mit dir? Muss ich doch nur zurückrechnen von 22, Mann, ey. Er ist mir so sympathisch, ne? Er ist mir richtig sympathisch. Vor allem 2019 und 2013. Er ist ein Juwelier, glaube ich. Ist wohl selbstständig. Wie macht er das? Wie berechnet er die Karate und wie zahlt er Rückgeld aus? Also das frage ich mich jetzt wirklich. Ein weiteres lustiges Paar ist dieses hier. Er drückt den Hebel einmal, sie dreht sich, weil er hat die Frage falsch beantwortet. Er nimmt den Hebel aber nicht wieder hoch. Also darf sie gleich nochmal. So, und dann ist das Staunen groß. Ich wusste ja nicht, dass das zweimal geht. Ich liebe ihn einfach, ne? Er ist so, warte mal. Der Himmel ist keine Attrappe oder wie nennt sich das? Ist nicht einfach nur so da. Also solange der durchgedrückt ist, dreht die sich wie eine Irre im Kreis und erstickt vielleicht, weil sie gar nicht zum Atmen kommt. Und sie so, warte mal, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt hier fünf Minuten lang durch die Gegend geschleudert werde. Warst du das? Und dann finden sie halt raus, dass er es wirklich war. Welches Geschenk von dir fand ich richtig schlecht? Schlechten Geschenk. Also, warte mal, schlechten Geschenk gibt's gar nicht. Ich hab dir ja nie ein Geschenk gemacht, beziehungsweise immer diese türkischen Auge-Oringel. Hast du nicht gesehen, wie ich leide, sag mal? Sie ist so geil. Hast du es nicht gesehen? Wie konntest du so dumm sein? Ich hab einmal richtig gelitten, ne? Und jedes Mal schrie sie dann nur so, Handtuch, Handtuch. Ich frag mich, mit wem du die letzten 13, die ja zusammen bist. Ja, ne? Da hat sie sich selber schon aufgegeben und hat sich dann sowas wie Beziehung genannt, weil die Gesellschaft es von dir erwartet und dann auch die Miete nur halb so teuer ist und dann sowas. Von mir richtig schlecht. Ja. Schlecht. Also, ich musste ihr was geschenkt haben, was dir gar nicht gefallen hat. Ja. Okay, falsch. Nein, Moment. Siehst du, scheiß einfach drauf. Junge, ein Geschenk, was ich nicht mochte. Und er so, warte mal. Also, ich, ne? Und du, ne? So rum. Und dann ein Geschenk. Also, sowas, was man sich so schenkt, ne? Das meinst du? Und sie so, ja. Und das war nicht gut. Das bedeutet, du mochtest das nicht. Und sie so, halt einfach dein Maul. Nein, falsch. Nein, dreht mich einfach normal. Was ist meine schlechteste Angewohnheit? Dass du so miesmuschelig bist und dass du so Insider-Informationen droppst in einer Fernsehsendung. Okay, der, bist du normal? Ja, du musst dein, äh, easy, dein Gehirn muss arbeiten. Ich kann also, ich kann mich schon tausend Geschenke erinnern. Mach easy, drück, drück. Kader, Kader, bist du normal? Ich liebe das, wenn die so in ihren Slank, also in ihren Dialekt dann rutschen, weil die sind ja türkischstämmig beide, ne? Und er mit seinen gebleacheden Zähnen, die sind weißer als seine Augäpfel. Und dann so, Kader, sag mal, Entschuldigung, ich kann gar nicht böse gucken, gerade wegen meines ganzen Botoxes, aber bist du normal? Haartuch! Haartuch! Haartuch, Leute! Ich bin eigentlich, ich hätte eigentlich mit Ryan Carey sein sollen, jetzt bin ich hier im deutschen Trash gelandet. Eigentlich kennst du mich ja auch gut, easy, oder ist einiges bei dir eingeschlafen? Ja, also seine Gesichts-Mimik ist höchstens eingeschlafen und dein kleiner Freund da unten, aber um den kann sich ja Cecilia kümmern. Sie liebt kleine Brüder. Wir sind ja nicht seit gestern zusammen, im Gegensatz zu anderen Paaren hier. Im Gegensatz zu anderen Fake-Paaren hier, ne? Die sich dazu verabredet haben, jetzt mal so zu tun, als seien sie in einer Beziehung. Erik tritt in das nächste Fettnäpfchen, und zwar geht es um die Buskörbchengröße seiner Freundin. B! Du musst doch einen Umfang, denn. Es ist eine kleine B. Ja, das findet sie nicht gut. Und sie haben sich vorher noch geschworen, sie nehmen sich nichts übel heute. Und sie so, kleine B, so, so, also, ne? So siehst du mich. Jede Sekunde kommt eine Spitze hinterher. Dann kleine Möpse, dann das, dann das, dann das. Kleine Möpse, Erbsenhirn, dumm und so. Was soll das? Ich hab drei Abschlüsse bald. Welche Augenfarbe hab ich? Grün drauf. Willst du mich verarschen? Ja, ich konnte es durch die Brille nicht erkennen. Ich glaube, es ging gar nicht so darum, dass du das in dem Moment dann erkennst, sondern sie hätte sich gewünscht, dass du es weißt, weil ihr alle blaue Augen habt. Und ihre Kinder und eure Kinder und so. Und du sie ja vielleicht auch schon ein paar Jahre mal gesehen hast, so ein paar Male ins Gesicht geguckt hast, der Frau deines Lebens. Alter! Ich war fassungslos. Meine Fresse! Das, der verarscht mich. Das war ein Scherz, ne? Aber ich liebe es, wie er damit umgeht. Guck mal, quasi Modo wäre sauer weggegangen. Der hätte ihr gar nicht den Raum gegeben, sauer zu sein. Das sehen wir gleich auch noch. Versucht die nächste. Wenn ich das nicht weiß, dann hör mir auf. Nein, ich kann nicht mehr. Nee, wir hören auf, wenn ich sie nicht beantworten kann. Ich kann nicht mehr. Ganz schnell, vielleicht beantworte ich die alle richtig. Nein, nein. Nein. Sie hat einfach keine Lust mehr. Sie ist jetzt einfach einmal durch. Ich fand diese Aufnahme von ihr auch sehr interessant. Ist das eigentlich alles tätowiert bei ihr? Oder hat sie diesen Lidschatten einfach immer nur drauf? Jetzt sind Erik und Kata in der Dusche. Unter der Dusche. Egal, ob wir jetzt gerade Stress hatten. Nein, nicht. Wir müssen auch was zu Ihnen sagen. Nee, das meine ich nicht. Aber kannst du vielleicht auch mal sagen, dass ich das gut gemacht habe? Was du gut gemacht hast? Was hat sie gut gemacht? Sich festzuhalten an der Drehscheibe? Also ich meine, sie war ja eigentlich eher passiv, oder nicht? Oder wollte sie jetzt ein Lob dafür haben, wie sie die Fragen vorgelesen hat? Ja, damit auch. Alles, was jetzt ist es. Du bist nicht das Opfer ihr. Ich glaube, das kann sie selber noch entscheiden, ob sie das Opfer ist oder nicht. Da geht es halt leicht in so eine kleine manipulative Richtung. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auf keiner Seite hundertprozentig. Weil erstens möchte ich mir das nicht anmaßen. Aber was ich hier so sehe, ist, dass sie wirklich wegen jeder Sache rummeckert. Also ich meine, er meckert ja eigentlich nur, weil sie ihn nicht supportet. Er will ja nichts. Er will ja einfach nur Nucky da in den Pool sprengen. Er ist ja einfach so eine verrückte Nudel. Und sie versucht aber, finde ich, etwas anderes aus ihm zu machen. Also es geht einfach nicht. Er ist ein Clown. Er hat einen Anzug, wo Dollarzeichen drauf sind. Also du kannst aus ihm keinen Vorstadtmann machen. Es sind immer nur diese Vorwürfe. Die Sache. Und ich lasse mich mal bitte ausreden gerade, Katha. Und ich habe einfach ein großes Problem. Sie bringt wieder dieses Negative rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch wirklich gerade, wo ich sage, den Abend, ich muss mit ihr jetzt auch gerade nicht gerade Zeit verbringen. Ich hatte jetzt auch keinen Bock mehr auf sie. Ja, das ist halt leider jetzt irgendwie eine Abwärtsspirale. Also sie hat keinen Bock auf dich, wie du bist. Du hast dann irgendwann auch keinen Bock auf sie, die meckert. Und dann kommt es eben zu dem, zu dem es dann kommt. Weil ihr seid ja nicht da, um dort nicht miteinander zu reden. Das ist ja jetzt nicht so Sinn der Sache, mein Süßer. Nimm mich doch nächstes Mal rein. So, als Partner. Wir lieben uns. Wir kuscheln. Wir haben uns echt lieb. Aber am Ende des Tages machen wir beide uns so runter und zerstören uns beide. Guck mal, kuscheln, ne? Und liebhaben ist wirklich eine Sache. Aber das ist lang. Also es ist nur ein ganz, ganz klitzekleiner Bruchteil. Ich plaudere jetzt noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und zwar hatten mein jetziger Freund und ich damals eine Beziehung plus. Und wir funktionierten monatelang super hinter verschlossener Türe. Unsere Körper fanden sich toll und so. Das Miteinander fühlte sich gut an. Aber die richtigen Herausforderungen fanden erst im wahren Leben statt. Wie interagiert er mit seinen Freunden? Wie interagiere ich mit meinen Freunden? Was haben wir für eine Mentalität, wenn wir feiern gehen? Wie sind wir im wahren Leben? Was haben wir für Vorstellungen von Beruf? Was haben wir für Vorstellungen von Urlauben? Urlauben und so weiter und so fort. Also wenn ihr sagt, eure Basis ist kuscheln und dass ihr euch lieb habt, dann würde ich sagen, ihr habt gerade mal 10% erreicht. Die erpresst mich immer so. Die sagt dann immer so, dann machen wir das nicht und das nicht. Und das Problem ist, wenn ich aber irgendwann, ich habe irgendwann gesagt, Katha, ich habe keinen Bock mehr erpresst, wenn ich mache Schluss. Sobald ich Schluss mache, dann ist sie sofort, dann hängt sie an mir. Ja, aber dann mach doch auch mal Schluss. Also ich meine, wieso teaserst du das dann immer einfach nur an? Das ist super ungesund, was dir gerade passiert. Also, nee. Aber das nervt halt so, dass du nicht mal einen guten Tag hast. Meine Welt dreht sich nur noch um ihn. Ich habe für nix mehr Zeit. Es ist halt so, als hätte sie eine Krebserkrankung. Und ich meine, das sollte Freundschaft nicht sein und das sollte eine Beziehung nicht sein. Warum begibt man sich dann freiwillig in eine solche Leidenssituation? Das wundert mich bei ihm auch, so dieser Stimmungsschwank. Das ist halt so komplett toxisch, Mann. Ist sie jetzt auf der Seite von ihm oder von er? Weil vorhin hat sie ihn noch gebrieft und hat gesagt, komm, hör mal aus, sonst geht deine Karriere den Bach runter und jetzt lässt sie sich bei ihnen aus. Bäuerin, bist du loyal? Bring die Katte unter Kontrolle. Ne. Bring die Katte unter Kontrolle? Was? Also dann, das ist ja nicht sein Hund. Also, bring deinen, das ist ja wie bring deinen Hund. Ja, aber dann guckt, dass es einfach der Katte gut geht, oder? Ja, das ist dann vom Wortlaut dann doch nochmal was anderes, was sie am Ende dazu gesagt hat. Aber guck mal, die Bäuerin, die setzt sich jetzt mal langsam zu wehr. Die hat Selbstbewusstsein gegessen. Du musst so weinen. Oh, Bibi. Wir haben doch sehr viel geschafft. Bibi, deine Haare kriegen wir schon in Ordnung. Ob das so meine Augenfarbe nicht weiß? Das hat sich schon sehr verletzt, ne? Schatz, wir kriegen deine spröden, blondierten, verkletterten Haare schon wieder in Ordnung. Wirklich. Deine braunen Haare und deine grünen Augen. Kadir hat Stresshaarausfall. Scheiße, was sind hier? Meine Haare fallen aus. Brauchst du was, Kadir? Guck mal, vor Stress sind mir die Haare ausgefallen. Oh nein. Kadir, es hat sich, glaube ich, einfach nur ein Interesse gelöst. Ich glaube, du hattest nicht einen super guten Kleber drin, ne? Und nun wird verkündet, wer bei diesem Quiz die meisten Punkte ergattert hat. Und es sind Erik und Kata, weil sie sich so gut kennen. Erik, ihr seid seit fünf Monaten zusammen und ihr konntet anfangen. Ich habe auswendig gelernt, Mann. Krass. Zwei und drei sind von vierzig, das ist Wahnsinn. Ja, aber es ist doch voll scheiße. Das zeigt mir halt einfach, dass die beiden sich gar nicht kennen, weil sonst müssten sie ja nicht vorher erst mal vorbereitend alles auswendig lernen. Ich finde, das müsste direkt disqualifiziert werden. Wenn ich euch die Antworten gebe, was ich gegeben habe, dann denken die Leute, ich bin nicht mit ihr zusammen, Mann. Ah, okay. Das sind ja auch die Befürchtungen, die ich direkt hatte, dass sie gar nicht deine Freundin sein kann. Aber, ähm, ja, also ich finde schon, dass es ein Armutszeugnis ist, wenn du gar nichts über deinen Partner weißt. Er wusste gar nichts, ey. Ja, Baby, jetzt übertreib doch nicht. Was wir jetzt noch machen? Soll ich jetzt weinen oder was? Willst du jetzt mit mir wegen sowas streiten oder was? Nein, aber es fackt mich schon ab. Was laberst du jetzt? Sie ist einfach enttäuscht. Kann er ihr nicht einfach den Raum geben, enttäuscht zu sein? Er ist so richtig so, er wird jetzt sauer, damit sie nicht sauer ist. Du hast dich nicht konzentriert. Lass mich in Ruhe, bitte. Ja, aber ist so. Und am reden nicht mehr mit mir. War sie sehr schlecht? Nein, oder? Sehr schlecht. Sie ist so sehr schlecht. Wenn ich sage, sehr schlecht, ist sehr schlecht. Aber richtig schlecht. Schlechter hat seine Auftritte bei DSDS. Und ich kenne das, aber meine Mama ist ein bisschen so. Ich liebe meine Mama total. Aber wenn ich einen Grund habe, sauer zu sein, dann ist sie einfach sauer. Dann werde ich total entkräftigt. Und mein Grund, sauer zu sein, ist weg, weil sie ist vor mir sauer. Nun widmen wir uns ein bisschen dem Marcel, Marcel, keine Ahnung, und dem rauchenden Fußballer. Die haben so einen Eier- oder Schwanz-Vergleich. Für mich ist es alles von Marcel. Nochmal, ich mag ja ein ganz netter Kerl sein. Ich mag den. Aber das ist alles zu übertrieben. Wir singen ja alles. Der rennt weder noch sonst irgendwas. Der scheiß, der scheiß, die mehr in die Hose wie jeder andere. Danke, Papa, für den Tipp. Also, zwei Sachen, die ich beobachten muss. Erstens, der Mario Basler, oder wie der heißt, soll er was erreicht haben in seinem Leben? Warum lässt er sich ein auf so einen Marcel dort und er muss mit ihm konkurrieren? Ja, wir wissen es. Das ist nämlich auch der Grund, warum er raucht wie ein Schlot, weil da sind ganz viele unbearbeitete Dinge. Der sieht sich selber als richtigen Lauch an, sich selbst. Und der Marcel, da frage ich mich dazu, gibt es da nicht eine Kontrolle? Oder gibt es irgendwelche Substanzen, die wirklich so lange wirken? Oder ist da wirklich so drauf? Weil es ist ein Ticken zu viel. Also, ich mag Menschen, die aus sich herauskommen. Aber das hier ist ja schon sehr auffällig. Das ist ja so richtig so, keiner findet es mal lustig. Nein, es ist ein bisschen auffällig. Ich will ihn gar nicht, wie nennt sich das nochmal? Der Begriff ist nochmal zu Ohren gekommen in Verbindung mit HIV-Positiven. Und zwar, dass man sie, ich habe einen Blackout, dass man sie halt so ausschließt. Weil was ist schon normal, ne? Ich will mich jetzt nicht so ausdrücken, aber es ist schon sehr auffällig, würde ich jetzt mal sagen. Aber Mario ist schon ein bisschen aufgeregt, gell? Mario? Mario, du bist aufgeregt? Du weißt doch, jemand, der am lautesten bellt, hat die größten Hosen voll. Also Mario tut mir einfach nur leid. Für mich ist Mario so der Lacher der Saison. Und dann hat der Mario halt gesagt, du hast ganz klein die Eier. Aber Marcel klärt uns einmal auf. Und seine Freundin schaut so, als würde er recht haben. Er hat halt noch nie gesehen, was bei mir da hinten abgeht. Von daher, wenn wir das sehen, würde er sich wahrscheinlich denken, scheiße, Mann, was geht da ab? Ja, okay, wir wissen es. Du hast einen großen Dödel. Ist okay. Ja, und jetzt ist heute das Spiel dran, wo die sich, die Männer sind alle in so einem Anzug. Sind sie dann mal ein Teddybär oder ein Schwein oder was auch immer und sie können nichts sehen. Und die Frau müssen sie durch so einen Parcours lotsen. Und es gibt einen richtig krassen Typen, der abbricht, weil er sich nicht wohlfühlt in dem Kostüm. Was ist jetzt passiert? Nix, ihr habt Panik gekriegt. Ach, komm her. War zu eng. Oh, war alles zu eng da drin, ne? Ja, ich weiß. Klaustrophobie ist natürlich eine ernstzunehmende Sache. Aber ich finde so im Gesamtkontext, wie er sich so gibt und wie er so ist. Er versucht irgendwas zu sein, was er wirklich nicht ist. Du bist halt ein Mann mit ganz vielen Ängsten und Unsicherheiten. Ich glaube nämlich, dass du schon das zweite Wasser irgendwie abbrechen musst oder vorher beendet oder keine Ahnung. Und du bist nicht das, was du versuchst zu sein. Und vielleicht wird der Druck auch abnehmen, wenn du dir das eingestehst, dass du ein ganz weicher Typ bist, der seine Frau auch liebhaben kann und so und auch nett sein kann. Du musst nichts verkörpern, was du nicht bist. Wir müssen uns heute safen. Ich hoffe, der hat Arsch im Pfeffer. Ja, ich finde, Arsch im Pfeffer kann die Dinger immer so richtig beschleunigen und dem Ganzen so Pfeffer verleihen. Arsch im Pfeffer. Wir haben wirklich ein Kommunikationsproblem, auch im normalen Leben. Aber nur, wenn ihr auf Deutsch versucht zu sprechen wahrscheinlich. Ich glaube, wenn ihr im Türkischen seid mit Kader und Eze, dann ist alles Eze. Çok güzel. Bei diesem Lotsspiel haben Kader und Eze total versagt, weil sie hat eigentlich die ganze Zeit eben geschrieben. Sie haben Ercan in ihr und ist verbunden mit ihr und sie hat immer nur zu ihm gesagt, zurück, 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 zurück. Also wirklich immer nur zurück. Und der Mann versteht natürlich das, was alle anderen auch verstehen würden. Die würden einfach zurückgehen. Aber das meinte sie gar nicht. Zurück heißt, du musst dich umdrehen. Zurück heißt, rückwärts. Das war doch rückwärts, also bin ich rückwärts gelaufen. Nein, du bist einfach in eine falsche Richtung gelaufen. Zurück heißt, wieder in den richtigen Weg reinlaufen. Aber guck mal, Kader, dreh dich um, ist ja was anderes als zurück. Also der Rückgang, heißt das so? Rückwärtsgang im Auto bedeutet ja, du gehst zurück. Du gehst zurück, also so nach hinten. Aber das wollte sie ja nie sagen. Sie wollte immer sagen, dass er sich umdrehen soll und in eine gewisse Richtung laufen soll. Aber das ist ja nicht das, was du wirklich von dir gegeben hast. Quasimodo hat leider auch nicht so gut performt. Ich will jetzt keine Ausrede suchen und sagen, es lag an den anderen, sondern es lag an mir. Konditionell, jetzt seit ich ein paar Jahren Shisha rauche, ist das sowieso schwer. Ich glaube, dein Shisha-Konsum ist der kleinste Faktor. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere, die dir das erschwert haben, da wirklich eine gute Leistung abzugeben. Jetzt sind im Finale, in diesem Becken, wo jetzt noch ein Herz zu finden ist oder gefunden werden muss, um das Ganze zu... Also es gibt ein Bällebad und da ist ein Herz und das ist so die letzte Station und das Herz muss gefunden werden. Und da drin sind einmal dieser Süße, der Feind von Mario Barsler, der Hübsche, der auch Schauspieler ist. Und außerdem ist noch drinne Marcel. Die haben also ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und der Marcel, der gerade noch gesagt hat, der hat einen Riesendödel und Rieseneier und überhaupt, gibt jetzt auf. Gib Gas. Bitte gib Gas, Marcel, wir können uns safen. Bitte, wir sind richtig krass gut. Und dann, ja, hat er einfach aufgegeben. Das gibt es doch nicht. Das wäre eine 50-50-Chance gewesen und du hättest das Ding holen können. Kann er einmal erklären, warum er aufgegeben hat? Also was hat ihn nach so viel guter Leistung, die er da erbracht hat, am Ende dazu bewegt, aufzugeben? Hat er keine Luft bekommen? War ihm zu heiß? Ich weiß nicht, für den Außenstehen, dann ist das so... Was ist da passiert? Er scheint ja so ein energiegeladener Kampfgeist zu sein. Naja, und der Gewinner hat jetzt erstmal eine Message für alle Hater, weil er hat sich ja jetzt gesaved. Im Stimmungsbarometer waren sie ja alle schon gegen ihn und deswegen kann man ihn heute nicht auswählen. F-U-C-K-Y-O-U-S-A-I, alles gut. Ich liebe die beiden. Ich liebe die beiden. Er ist so, fuck you all. Und sie so, nein, wir werden jetzt nicht eklig, okay? Am Ende war es dann aber so, also Marcel hatte ja aufgegeben, aber es hatte dann auch noch der andere Fußballer, Fußballer, also Mario Barca ist ja der eine Fußballer, der ist ja abgehauen, weil er hat Angst. Und der andere Fußballer mit seiner Kajalaugenbraufrau, der hat es tatsächlich auch noch ins Bällebad geschafft. Und ihm hat aber der, oh Gott, ich kenne die Namen alle nicht, der Schauspieler das Herz vor der Nase weggeschnappt. Das Stoff Plüschherz. Und sie haben also kurz vorm Ziel tatsächlich verloren. Ich mach das nicht, ich mag das nicht. Sie wollte halt nochmal gucken, ob alle Lampen dran sind, ne? Ja, sie hat nochmal geguckt, ob alles richtig installiert ist. Nein, eigentlich hat sie geweint. Sie wollte weinen und er sagt so, bitte hör auf zu weinen. Du hast einfach einen Scheißjob gemacht, ich auch und fertig. Ich bin sauer über mich selber. Aber warum denn? Ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe es auch nicht, Süße. Trink mal Margarita, komm wieder klar auf dein Leben, hab ein bisschen Sex, vielleicht nicht in einer Seesternchenstellung oder toter Sternstellung. Find mal die Freude ein bisschen wieder. Du hast einen tollen Typen an deiner Seite, wunderschöne Augenbrauen. Und jetzt ereignet sich auch nochmal was Schönes. Und zwar ist Patrick der Bauer draußen am Lagerfeuer, am Feuer, am Grill mit diesem Paar, welches ich sehr sympathisiere. Und nun bringt der Schauspieler dem Patrick folgendes entgegen. Von dem Moment, wo ich gekommen bin, war Anti auf mich eingestellt. Total Anti. So. Und wir haben schon so, was ist denn da los? Man spürt das ja. Ja, klar, der hat das schon mal erzählt gehabt. Ja, und das meine ich. Hat er erzählt? Hä? Ja, wie hat er das mal erzählt gehabt? Er hat voll Stimmung gemacht, ne? So. Das ist ja sehr, sehr wichtig, weil der Schwarzhaarige hat das ja von sich aus dem Patrick gesagt. Und der Patrick hat auch schon so ein bisschen komisch geguckt und hat dann erst gesagt, jo, hat er mir auch mal was von erzählt, dass ihr da wohl irgendwas in der Vergangenheit hattet. Was man jetzt aber sagen muss, ist, dass der Schauspieler das schon richtig gerochen hat, weil der Mario Basler, der hat das ja schon in der Gruppe kundgetan, dass er den schwarzhaarigen Schauspieler nicht so toll findet. Ja, der hat ja schon dann in einer gewissen Art und Weise negatives Marketing für den betrieben. Nun ist es aber so, dass der Schauspieler und seine Frau in der Küche sind und essen. Und jetzt erzählt Patrick erstmal in der Gruppe, was man ihm gerade so erzählt hat. Weiß jetzt auch nicht, ob das so der feine Move ist. Plötzlich stehe ich jetzt gerade vorne hier mit Steffen und dann sagt er halt, ja, eben, Mario. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich Stimmung gegen mich gemacht. Ah, okay, der Schauspieler heißt Steffen. So, ich versuche mir das zu merken. Steffen, Steffen, Steffen. Und jetzt dreht aber der Mario total durch, weil er sich so denkt, ich Stimmung gemacht? Ja, habe ich. Aber andersherum wünsche ich mir halt, dass Steffen lieber direkt auf mich zukommt. Steffen, ich habe keine Stimmung gegen dich gemacht, gell? Nee, okay. Wenn du das, erwarte das von dir, du bist ein erwachsener Mann, sag mir das, frag mich. Dann sage ich dir, ob ich Stimmung gegen dich gemacht habe oder nicht. Nee, das kam du gerade da, als er mir sagte, ja, dass er dir das erzählt hatte. Ja, du weißt, ich kläre das, ich spreche das an. Du kannst machen, was du willst, aber mach mir einen Gefallen, frag mich. Ja. Also ich muss sagen, dass der Steffen da noch so freundlich bleiben kann, ist für mich ein Wunder, weil der Mario hat es ja schon hinter dem Rücken von Steffen mit anderen besprochen, dass er ein Problem mit ihm hat. Also so ein ehrlicher, krasser Mann ist er denn da an der Stelle nicht. Frag mich, ob ich Stimmung gegen dich gemacht habe, sage ich dir ja oder nein. Ja, okay. Nur vielleicht für die Zukunft. Okay. Ja, mich stört so was, verstehst du? Deswegen spreche ich es an. Aber das war gar nicht so ein Ballon, den du gerade aufrufst. Ja, weil du kannst nicht hingehen, komm doch zu mir und frag mich, ob ich Stimmung gegen dich gemacht habe. Boah, kann er jetzt auch einfach mal den Mund halten? So, weil er hat es verstanden. Er lacht dich an und sagt, okay, habe ich gecheckt. Also du würdest wahrscheinlich auch nie den direkten Weg wählen, weil hast du ja bis jetzt auch nicht. So, ich habe ja bis jetzt nie aus deinem Mund gehört, dass du ein Problem mit mir hast. So, aber hör doch jetzt einfach einmal auf zu labern. Dem Mario regt es auch einfach auf, dass der so freundlich ist. Dass der so denkt, ja okay, halt das Maul, ist okay, ist fein. Ich wollte das ja nur sagen für die Zukunft. Okay. Komm zu mir, sprech mit mir. Ja, meine Entscheidung ist fein. Ja, weil nämlich der Steffen sich kurz bevor der Mario reinkam mit seiner Frau beraten hat, wen er als nächstes nominiert. Und jetzt weiß er, wen er nominiert. Und ich kann auch wunderbar verstehen, warum. Jetzt ist es so, dass der Mario sich hat nochmal erklärt, ne, der Steffen sich nochmal erklärt hat und der Mario gesagt hat, weil er so hobbylos ist, wir holen jetzt den Patrick hier noch mit rein und lassen den nochmal sagen, was wirklich passiert ist. Mal, Transparenz ist dem Mario sehr, sehr wichtig auf einmal. Was hat der Steffen zu dir gesagt? Mit was? Eben. Nein, mit der Stimmung gemacht. Ob ich die Stimmung gemacht habe. Nein, du hast gesagt, wahrscheinlich hat sie die Stimmung gemacht, oder? Genau. Ja, eben. Also. Ja, weil er mir sagte, ja, weil er das, weil du ihm was erzählt hast, habe ich gesagt, ha, wahrscheinlich hat das Stimmung gegen gemacht. Ja, das ist dann an der Stelle leider auch nicht so ganz korrekt, weil erstmal hat ja der Steffen dieses Thema angefangen und dann hat Patrick gesagt, jo, da hat er mir auch was erzählt. So, ähm, also das war in der Reihenfolge ein bisschen anders. Das war jetzt nicht so, dass es initiiert war von Patrick. Und das ist eigentlich ganz nett von Patrick, dass er den Steffen da jetzt nicht ins Messer laufen lässt. Der hält jetzt dem Schnitt nach auch einfach die Fresse und sagt nicht, nee, 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 mein Freund, das war andersrum. Naja, ein neues Thema ist, es geht jetzt gleich zu den Nominierungen und da ist Marcel sehr aufgeregt. Ja, der hat fast jede Challenge abgebrochen, glaubst du, dass das das in der Sache ist? Und dann gar keine Votes immer bekommt, das ist immer so strange. Ja, weil die alle Angst vor dem haben. Du hast dich halt, glaube ich, unter ihm gestellt mit dem, dass du Papa zu ihm sagst. Das ist jetzt eine Unterwürfigkeit, Unterordnung, glaube ich, weil der kann böse werden, ich sage dir, Mario kann böse werden. Mario ist, ich kann auch böse werden. Oh, das hätte ich gerne weiter beobachtet, wie die beide böse werden. Er nennt ihn immer Papa, aber ich glaube eher so provokant, weil der alt ist. Ich glaube, der Marcel hat das gar nicht als Unterwürfigkeit eingeordnet, sondern eher so als Provokation und ich glaube halt wirklich, dass der Mario böse sein kann, also noch böser, als man ihn so schon sieht. Wir haben uns für Marcel und Lisa entschieden, aus dem einfachen Grund, du bist mal zu flippig, du bist der Größte, der Beste. Und damit kommt mein Selbstbewusstsein nicht klar. Ich kann zwar dein Vater sein, aber da fühle ich mich sehr bedroht in meinem Selbstwert. Sie haben es halt nicht verstanden. Wenn ich eine große Fresse habe, dann muss irgendwann mal was kommen. Aber wer bist du denn? Bist du jeder Vater, grimmig Richter, der darüber entscheidet, wer hier böse ist und wer nicht oder großkotzig oder nicht? Ich meine, beschäftige dich doch zur Abwechslung einmal in deinem Leben mit dir selber und den Stimmen in dir, die einfach nur gehört werden möchten. Was machst du hier drinnen eigentlich? Für was bist du da? Zum Rauchen, Kaffee trinken oder was machst du eigentlich? Gar nichts. Prinzessin Jasmin hat jetzt einmal ihr Wort gesprochen. Sie meint, die würden wenigstens entertainen, sie und Marcel. Was macht denn der andere da? Der ist ja wirklich nur am Rauchen und Rumstänkern. Aber ich glaube, das reicht RTL. Für mich und meine Frau war es sehr wichtig, dass wir in die Show gehen. Weil wir hatten ja schon mal eine Show und die lief. Ja, red doch jetzt nicht drüber. Doch, ich möchte es erzählen. So, und kann sie das jetzt bitte respektieren, dass er über eine andere Show sprechen möchte und ihm nicht so ekelhaft ins Wort fallen? Uns war es immer sehr, sehr wichtig, dass die Show funktioniert und dass... Und dass die Show unterhaltsam ist. Darf ich? Darf ich bitte? Ich kann es vielleicht besser ausdrücken. Nein, lass mich. Nein, okay, und jetzt sollte Prinzessin Jasmin einmal bitte die Fresse halten, weil er hat gesagt, er möchte das gerne jetzt kommunizieren und das soll er bitte auch dürfen. Also sei bitte still und bleib auf deinem billigen Platz sitzen, okay? Ich rede jetzt mit, bevor das ein halber Roman wird. Ja, aber ich... Ich an seiner Stelle hätte kein Wort, also ich wäre weggegangen. Ich hätte gesagt, du setzt dich jetzt bitte sofort wieder hin, weil ich habe entschieden, ich möchte hier gerade etwas sagen. Was fällt dir überhaupt ein, dich hier jetzt hinzustellen, um mich so zu hintergehen? Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir ein Paar wählen, was unserer Meinung nach hier nicht sehr viel zur Unterhaltung beiträgt. Okay, also zur Unterhaltung trägst du mit deinem übergriffigen, frechen Verhalten deinem Partner gegenüber auf jeden Fall bei. Weißt du, was mich ankotzt? Wenn einer die ganze Zeit mich anguckt und will mir die Hand hinhalten, Faust, als wären wir Freunde. Das ist für mich verlogen, hinterfotzig und deswegen kriegst du meine Stimme. Also du, sie nicht, du. Er meint Marcel, oh nein, süssi. Du musst deine Zwille gegen Minichecks, ne? Ach, der Süße, ne, der versteht's jetzt gar nicht. Ja, der polarisiert halt, ne? Er ist sehr auffällig und so und das, äh, da fühlen sich halt viele ein bisschen bedroht, ne? Ich hab so einen riesen Ständer gehabt, weil ich fand's, ich fand's mega. Also er selber ist gar nicht mehr so stolz auf seine Ansage, aber sie liebt halt so Krawall und so und hat jetzt auf einmal einen Ständer gehabt. Also, haben wir da irgendwas verpasst? Weißt du, es darf wirklich keiner mit mir reden, schau. Hassi, bitte bleib ruhig, mach nix unüberlegt. Mach nix unüberlegt, bitte nix unüberlegt. Mach nix unüberlegt, bitte schatze. Wie viel Gläser, die ganze Familie. Nix unüberlegt. Das geht an den Bauern. Also er möchte gerne, der Marcel möchte gerne die Bauernfamilie einmal ficken, weil der kann überhaupt nicht verstehen, warum der auch von ihm nominiert wurde. Ja, that's life, ne? Jetzt haben Marcel und seine Prinzessin Jasmin die sechs Stimmen oder so und das tut den beiden schon weh und die haben da hart dran zu knabbern und jetzt mischt sich nochmal wirklich Mario Basler an, wo ich mir ein, wo ich mir so denke, bist du, weiß nicht wie alt er ist, 50, 60 oder bist du 10? Marcel, ich erklär das gerne nachher nochmal. Ich glaub, das ist nimmer nötig, dass du irgendwas erklärst. Dann habt ihr es ja auch nicht verstanden. Nein, bitte. Dann seid ihr ja zu Recht raus. Lass mich doch einfach ganz kurz in Ruhe. Ja, mach ich doch. Ich wollte es dann nur anbieten. Ja, das war's. Wenn du es nicht annimmst, bist du selbst dran schuldig. Du wirst es nie lernen. Es ist doch in Ordnung. Ich brauch einfach nur den Moment. Ja. Boah, ekelhaft. Ich schwöre, wenn da eine Bratpfanne wäre, ne? Das ist so richtig so ein Moment, wo man dem Mario, also kennt ihr das, wenn so Menschen euch zur Weißglut bringen oder treiben? Das ist so ein Moment und das ist so ein Mensch, der einfach nicht weiß, wann es genug ist. Jetzt darf man keinen Ehrgeiz mehr haben, weil wenn du Ehrgeiz hast, dann das ist falsch. Bitte, Marcel. Das nächste Mal gehst du aber bitte in ein Spiel rein und sagst, ne, also wir verlieren heute. Ja, oder du trittst gar nicht erst an, weil du sagst, das schützt sich irgendwie komisch an. Ich möchte heute nicht als Bär gehen. Komm, wir gehen nach Hause, Schatz, einrauchen. Da muss ich auch mein Ding noch sagen. Sag ich es zu ihm, ey, Sascha, ganz ehrlich, draußen hätte ich es dir auf der Fresse gehauen. Nach so einer Meldung. Na, 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 na. Bitte nicht. Doch, mach. Und kann auch sein, dass ich es mache. Oh, Junge, ey. Die mit ihrer Gewalt, ne? Ich kann es einfach nicht verstehen. Löst es doch mit Worten einfach. Also, der müsste doch als YouTuber so viel verdienen, dass er vielleicht auch so eine Aggressionstherapie starten könnte, oder? Das Einzige, was mir wehtut, ist einfach, dass sie zu Marcel so böse waren. Ne, das ist das Einzige. Ich weiß, was sie meint. Das tut weh, ja. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Also, wir mögen euch total gerne. Ja, wir mögen euch auch. Und wir haben das alles überhaupt nicht so aufgefasst. Und, ähm, das sehe ich auch so überhaupt nicht. Oh, er ist ein Süßer, ne? Er ist ein ganz, ganz Süßer. Das ist jetzt einmal lieb. Aber damit machst du dich natürlich nicht beliebt für die weitere Zeit dort, ne? Wir schlagen gleich nochmal, ne? Wir haben uns auch nichts rausgemacht. Ich hab dich lieb. Also im Ernst, das ist ja totaler Quatsch. Das ist ja auch. Die haben nur Schiss vor dir. Oder, Schatz? Total. Und das halte ich null. Aber Respekt. Aber die haben einfach auch Schiss vor dir. Ganz einfach. Ja, und sie sind halt wirklich, ja, fühlen sich hart getriggert. Haben vielleicht auch ein bisschen Schiss, weil der Marcel hat Power, so, ne? Seine Freundin auch. Die hat ja auch immer ein Sportoutfit an. Und das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein. Und nun ist der, der Erik so taktlos und schreit in der Küche, juhu, aber wir haben es geschafft. Und dann sagt Quasimodo so, ey, er hat gerade geweint. Könnt ihr euch vielleicht ein bisschen leiser freuen? Und dann kommt die Fußballerfrau, die ja erst vor kurzem geheult hat und sagt zum Quasimodo, der Mitleid hat mit Marcel. Weißt du was, Quasimodo? Dann geh doch und weinen. Okay, wow. Also ich meine, wie kann eine so labile Frau so unempathisch sein? Ja, wahrscheinlich genau deswegen, weil sie sich selber überhaupt nicht fühlt, überhaupt keinen Zugang zu sich selber hat. Und deswegen reagiert sie dann so, wenn es anderen mal schlecht geht. Und ich diese Welt und dieses Trash of Outs, einfach verrückt. Ich sage tschüss und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Erkenntnisse und ich wünsche euch einen wundervollen Wochenstart. Uuuuuh. Uuu.